Willkommen zu unseren News am Wochenende Kalendwoche 29 und das sind die News der Woche. Far Cry 6 ist kein Geheimnis mehr. Am 12. Juli enthüllte Publisher Ubisoft ihr Titel im Rahmen ihrer Digitalshow Ubisoft Forward. Das mitunter von Ubisoft Berlin entwickelte Spiel soll am 18. Februar 2021 auf den Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und PC erscheinen. Dieses Mal entführt uns der Shooter nach Yara auf einer Tropeninsel im Stile von Kuba, wo wir es mit den fiesen Anton Castillo zu tun bekommen. Auch wurden weitere Details zum Spiel Assassin's Creed Valhalla und Watch Dogs Legion preisgegeben. Darunter auch die Releasetermine der beiden Spiele. Assassin's Creed Valhalla erscheint am 17. November 2020 für PS4, Xbox One und PC, sobald die Next-Gen-Konsolen erscheinen auch via kostenlosen Update für PS5 und Xbox Series X. Watch Dogs Legion erscheint am 29. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC und sobald hier auch die Next-Gen-Konsolen erscheinen via kostenlosen Update für PS5 und Xbox Series X. Weitere Ankündigungen im Ubisoft Forward Stream waren Brohalla, das am 2. August für iOS und Android erscheint und Tom Clancy's Alight Squad, das ebenfalls für iOS und Android am 27. August 2020 erscheint. Außerdem auch die Beta zu Hyperscape, das Battle Royale-Spiel von Ubisoft, das direkt im Anschluss nach der Digital Show verfügbar war. Der Bundesligist VfB Stuttgart stellt seine Aktivitäten im E-Sport zur neuen Saison ein. Dies teilte der Verein auf seiner Homepage mit. Grund der Auflösung sind die wirtschaftlichen Auswirkungen dank der Corona-Pandemie. Da sich der Bundesligist um einen staatlichen Hilfskredit bemüht, müssen drastische Maßnahmen zur Wahrung der wirtschaftlichen Fortbestandes des VfB getroffen werden. Eines dieser Maßnahmen ist die Einstellung der recht erfolgreichen E-Sport-Abteilung. Einer der wohl besten und beliebtesten Fußballmanager kehrt mit Anschluss 2022 im kommenden Jahr zurück und Fans können sich ab nächster Woche per Kickstarter aktiv an der Entwicklung beteiligen. Entwickler Tootainment startet die offizielle Kickstarter-Kampagne für Anschluss 2022 am Donnerstag, den 23. Juli 2020. Als zwölfter Mann oder Frau lässt sich so über diverse Backing-Möglichkeiten und Stretch-Goals das beste Anschluss verwirklichen. Unter anderem ist die Integration einer Beta-Version in der Kampagne vorgesehen. Weitere Informationen zur Kickstarter-Kampagne sollen zum Start am 23. Juli 2020 folgen. Microsoft wird sein Cloud Gaming Dienst Project xCloud an sein Spiele-Abo Xbox Game Pass koppeln. Das geht aus einem aktuellen Blog-Eintrag von Microsoft hervor. Xbox Game Pass Ultimate-Inhaber werden den Cloud Game Dienst ohne Aufpreis dazu bekommen. User ohne Game Pass Ultimate werden hingegen in die Röhre schauen müssen, zumindest zum Marktstart. Zu einem späteren Zeitpunkt soll es auch eine separate Mitgliedschaft geben. Die Markteinführung soll in den USA in September erfolgen. Wann es in Deutschland soweit ist, ist noch nicht bekannt. Zudem soll Project xCloud auch einen neuen Namen erhalten. Dieser wurde jedoch noch nicht genannt. Konami kündigte diese Woche mit eFootball Pass 2021 den nächsten Ableger der Pass-Reihe an. Jedoch wird dieser nicht nur gefühlt ein Update der 2020er Version sein, sondern wirklich ein Season-Update. So gibt es Konami an. Pass 2021 bietet alle Modi, Features und das Gameplay von eFootball Pass 2020 mit nur einer kleinen Änderung. Und zwar mit dem aktuellen Kader der Saison 2020-21. Das schlägt sich auch auf den Preis nieder. Die klassische Edition mit Lionel Messi auf dem Cover wird für 29,99 Euro und die Partner-Club-Edition für 34,99 Euro erhältlich sein. Zugleich kündigte Konami auch den nächsten Ableger der Reihe an, der Ende 2021 erscheinen soll. Bei Pass 2022 soll es hingegen einiges Neues geben. Vor allem verabschiedet man sich von der Fox Engine und wendet sich der Unreal Engine 5 zu. Doch bevor wir uns darauf freuen dürfen, erscheint eFootball Pass 2021 Season-Update am 15. Februar für Playstation 4, Xbox One und PC via Steam. Hobbyflieger aufgepasst! Am 18. August erscheint Microsoft Flight Simulator für Windows 10 PCs in drei verschiedenen Editionen. Die Standard-Edition erscheint für 69,99 Euro mit 20 hochdetaillierten Flugzeugen und 30 lebensechten Flughäfen, die auch im Xbox Game Pass für PC verfügbar sein wird. Die Deluxe-Edition für 89,99 Euro enthält fünf zusätzliche Flugzeuge und Flughäfen. Die Premium-Deluxe-Edition für 119,99 Euro enthält zehn zusätzliche Flugzeuge und zehn Flughäfen, darunter auch mit dem Frankfurt Airport einen deutschen Flughafen. Neben den digitalen Versionen erscheint der Microsoft Flight Simulator auch als Disk-Version im europäischen Einzelhandel via Aerosoft. Auf sage und schreibe zehn Double Layer DVDs. Zusätzlich wird Aerosoft umfangreiche Add-ons für den Microsoft Flight Simulator entwickeln. Ja, das waren die News der KW29 an dieser Stelle. Verabschieden wir uns von euch. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung von euch freuen und damit ihr keines unserer Videos verpasst, einfach ein Abo dalassen und das Glöckchen aktivieren. Vielen Dank fürs Zusehen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal und solange weiter zocken. Ciao! Zusehen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.